ja mach auf ready, mach auf ready, oh level 41, hu 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 und Rang 14 wer überlebt, Bar oder? Meg, Wilco und ich sind sowieso schon abgeschrieben ja, aber die Meg will nicht oh, ja, also dann lieber auf Amazon du num huhu hm ich hoffe dass der Killer keinen Lecky 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 hat ne? ich wusste das irgendwie schon denken ja dann wollte die mac wohl doch nicht mehr zu mir ich auch nicht bei dir wo ist er denn weiß ich jetzt nicht hier bei mir ich bin da weg aber er habe ich nicht gesehen denn er bei dem generator explodiert ist war ja gerade das haben wir nicht mehr haben wir vorbeigelaufen aber hat mich nicht gesehen wo bist du jetzt örtlich gesehen am haus gelber bagger auch so mich meinen sie nicht ich hab wieder ignoriert dann was ich bin nämlich auch am bagger für den generator hallo allöchen hier einfach zum nächsten wir haben immer einen platz frei ich glaube er hat meck gefunden ich glaube der ziel erst mal auf die abwahl die level weil die rand 14 ist immer gleich zum nächsten so da vorne überlieben und items mitbringen er läuft weg hinterher tarnt oder internt er sich ich glaube ich getan also hast du jetzt die katze oder nein hab ich nicht ich habe die kriegst du dann dass ich sie mir holen kann irgendwann er rennt mir hinterher zu lang ins haus rein hinten fertig richtung gelben bagger versuche ich fertig okay mach fertig ich renne jetzt zum reparatur schuppen oder was ist da ist die werkstatt hier noch ein brett muss aus und zu laufen doch fertig das ist zufällig sogar welche fenster hier zu sind haha ach das war das mit dem ich kann ihn jetzt durch die karte führen glaube ich ich denke er wird erstmal nicht von mir ablassen da braucht ja nur noch einen schubs und fertig bin ich und das erreicht da jetzt auch da 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 die person die gerade repariert mit jetzt einen auf den arsch nein 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 ja aber danke für den stupf da hat er liegen gelassen ja ich krieg gerade irgendwo in entdeckung versuchts zumindest und da wieder läuft mir er hat er sucht mich er hat mich direkt habe stimmt nichts dabei ich bin kein generator ich habe hier ein lieb von dir im keller bringt mich super ach diese hohe ich weiß nicht wo der keller ist er tarnt sich und rennt nach oben dann jetzt nicht mehr sehen weiß ich ob er raus ist oder nicht mac ist übrigens ich hab schon wieder meinen scheiß overwurf angemacht er ist auch immer an wo ist irgendwo über mir ich weiß es nicht mehr das lernen auszumachen das heißt es lohnt sich nicht weiß ich nicht um er läuft draußen rum ja also er hat ja er kann auch meine richtung gucken ich guck aufs haus aber dann mac versucht mich glaub ich zu holen ernsthaft schill deinen kopf alter wirst du das meintest du da ist ein generator das an der hat der will seinen zwilger haben er kommt nur meine richtung jetzt hat er mac erwischt man kann sich ja selbst heilen bist du es will da bist du nach unten oder ich muss hören er sucht mich macht ein brett kaputt er weiß wo ich bin er hat mich gleich wieder ab stimmt die mütze drin ja seine zipfelmütze hat er drin den keller ja weiß ich nicht ich kann nicht oder geht mit dir spazieren keller glaube ich ja keller dabei muss ich vorhin noch gar nicht wickeln als ich mich runtergezogen hat versucht den generator von barra fertig zu machen ohne er kommt ich mach den jetzt fertig ist mir doch egal ich hab trotzdem den generator fertig gemacht ich muss weg vom keller damit er keine chance hat mich zum keller zu bringen oh wer hat denn hier schon manipuliert yay thanks peeps bitte nützt mir nix aber haben wir nicht an ach scheiße direkt am brett also er lässt ab er lässt ab von mir er kommt zum ich glaube er geht zum tor er sucht er nicht man dann aber hier ist nichts meg rennt glaube ich in deine richtung meine der killer kommt richtung tor das geöffnet wurde wenn das andere tor jetzt noch aufgemacht wird bitte 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 mac bitte sei so nett und guck dich um die rente in deine richtung ja aber ich krieg sein aber das tor ist ja noch nicht offen er kommt wieder ich habe direkt gedauert ach das ist wegen dem tor weil das auf ist bist du noch rund nix du noch ja jetzt hat er mich gerade aufgehoben und ich hänge dass mir jetzt zu ist auch hier ist mir jetzt zu riskant wenn der mich jetzt einmal an tatsch dann bin ich auch weg und ihr bei versuch escape attempt aber jetzt holt er sich cam vorsicht er kommt ja okay jetzt jetzt er geht weg das tor ist trotzdem noch jetzt hat es aufgehangen jetzt kommt bestimmt zu mir zurück ja er blickt auf mich zu er hat es gleich bei euch ernsthaft lauf das eine tor hinten ist auf ja wenn ich es finde ah ne er läuft direkt auf mich zu wo ist das denn da gerade aus weiter genau er sieht mich oder ne das herzklopfen geht weg ich versuche es ich versuche es tut mir leid ich habe das Tor für dich geöffnet danke bitte aber Cam ist nicht direkt tot gewesen sofort die hing ja auch noch nicht aber du hast doch noch nicht gestuggelt Vara liegst du noch? glaubst du das schaffst zur Hedge irgendwie? soll ich ein Ablenken kommen oder? ne ne geh du raus damit wenigstens einer überlebt sag der Nachwild dass hier ein Arschloch wohnt und alle töten will was ist das denn für ein Ding dass er sofort alle nieder wenn ein Tor geöffnet ist es gibt ein ich weiß nicht jetzt ob es ein Perk oder ein Offering nochmal war warte ich geh mal gucken ich ja ähm er hat oh mein Gott der ist Rang 2 und wie heißt der? ähm ähm der hat Iron Grasp ähm no one escapes death ja und Deerstalker 3 deshalb ja Baby komm gibs mir los ja dann nicht dann geh weg was bist du für ein oller Killer ey noch ein paar Struggle Punkte ach die Cam hat er sabotiert auch nice ja danke Vara danke ja bitte wenn wir zwei rausgegangen hätte er nur oder nur dich und Zwilger erwischt jetzt ist er Rang 1 alter wirklich ach scheiße okay 14.000 Punkte ne Rang 1 wow den hab ich schon mal gehabt irgendwo der hat alles auf 3 alter alles hm bes terce